Gemäß den Weisungen des BAG müssen sich sämtliche Gäste bei der Ankunft im Restaurant registrieren. Sitzend kann man die Maske abziehen. Es gilt ein Maximum von vier Personen pro Tisch. Bis wir wieder grosse Partys feiern können, müssen wir uns noch ein bisschen Geduld haben. Aber am Skifahren oder am Feierabend liegt das Glaswein sicherlich drin. Konsumieren dürfen wir aufgrund des Schutzkonzepts nur so kommen. Mit der Einhaltung dieser Massnahmen hilfst du Eis und dem Wintersport. Santé, bleibt gesund und hält mit Eis einen guten Winter.